Das ist die Hirnsturz-Crew und die hört sie lachen. Hallo, Minjas. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Hallo, Sirendepidie. Hallo, Herr Fleischhammer. Hallo, Wodan. Tagchen. Viel Spaß. Alle so gut drauf, hey. Neue Aufnahme. Go, go, go. Diese Drogen, ey. Wenn die bei mir übersteuert, dann seid mir nicht böse. Schön, Minjas, läuft. Ich bin in Kaktus. Leute, Leute, ich bin durch. Ich habe die Treppe fertig. Du bist durch. Ich bin durch. Das kann ich unterschreiben. Ihr müsst jetzt mal bei seiner Dibli auf dem Kanal gucken. Die hat nämlich nach der Aufnahme letztes Mal, hat sie eine richtig lange Treppe nach oben gebaut. Das heißt, wir können unseren ursprünglichen Eingang können wir verbarrikadieren. Drei Folgen lang habe ich nur gegraben und dann offline habe ich die Treppe fertiggestellt. Ich laufe sie übrigens gerade hoch. Mir schreibt, wie das aussieht. Ja, ich auch. Ja, ein Bahnhof. Aber du hast Wodan an deiner Seite, der beschützt dich. Der Wodan? Ja. Der Wodan ist ja auch besser als die aller anderen Echte. Danke. Bitte. So würde ich das jetzt nicht sagen. Nö. Also genau so würde ich das sagen. Die Liste sagt leider nicht, dass Wodan der Beste ist hier. So, ich habe das jetzt vorübergehend mit Frames zugestopft. Das Loch hier, das Ausgangsding. Das ist gut. Warum schießt du die? Damit hier keine Zombies reinfallen können. Was denn? Du bist ein ganzer Fleischmitnehmer. Nein. Ich hatte Angst. Der Hase wollte mich angreifen. Der Hase wollte dich angreifen. Wir haben jetzt hier einfach weiter, oder Mirs? So, und hier sind wir rausgekommen. Dä, dä. Probleme. Wir sollten mal an einer gewissen Stelle. Wir haben 17.55 Uhr. Das heißt, es könnte schwierig werden. So. Verstehst du? Ich verstehe dich schon. Gebrochen. Darf ich hier eine Holzhütte, eine Holzhütte, eine Holzhütte hinstellen? Ja. Wenn du willst. Weil wir wollten ja eigentlich was Zementartiges hier hinstellen. Was Zementartiges. Ach nee, ich habe nur verstaucht. Ich kann nur rennen. Tut doch mal weh. Gehen wir jetzt einfach weiter nach Norden? 2.400 Sekunden. Ach du Scheiße. Ja, vor allem darf ich jetzt nicht mehr nach unten fallen. Sonst habe ich es wirklich gebrochen, die Haxen. Hast du doch, du bist schneller. Wann müssen wir eigentlich wieder zu Hause sein? Tag 28 eigentlich, ne? Morgen müssen wir wieder zu Hause sein. Ja, das wird nichts, müssen die anderen rein, das ist klar. Ne, wird halt nichts, ne? Ne. Ist halt so. Da muss man auch mal, sag jetzt mal, in den sauren Apfel. Au. Hatten wir schon drüber gesprochen, was Staffel 9 dann passiert so? Ne, hatten wir noch nicht. Ne, also wir hatten Ideen. Na ja, von euch kamen wir an den Kommentaren. Ne, es war einfach jetzt bezogen auf die Kommentaren. Jackie, hast du vielleicht einen Splint für mich? Oder hast du noch Stofffetzen zufällig dabei? Ne, leider nicht. Schade. Ich hätte für dich eine Pinlandmine. Du meinst, damit hätte ich es dann hinter mir. Ach so, du meinst diese Absprache, mit denen nicht alle einverstanden waren. Ja, okay, ich verstehe. Ja, ja, also wir waren, wir belegen halt, das Ganze ein bisschen schwieriger einzustellen, natürlich. Und, ähm, er hat doch schon eine Stimme, Fleischhammer ist, ist pro. Wann, wann war diese Absprache? Na ja, das waren Ideen. Das ist genau das, was ich sage. Also es ging weniger, also ihr wart da und ich nicht. Ja. Also ich war da jetzt auch nicht dabei. Ähm. Schwieriger machen, Weg dabei. Ich war nicht dabei. Nein, es ging einfach darum, um das ein bisschen, damit wir halt nicht dieses, dieses, es geht einfach nur, wie wir es konkret lösen, wissen wir auch noch nicht. Aber es geht einfach darum, dass wir halt nicht uns einfach umbringen. Ich weiß ganz genau, was ihr gesagt habt. Ihr habt gesagt, wir lassen alles fallen. Ah. Alles fallen? Du meinst, wenn man stirbt? Ja, genau. Das sag ich. Alle Hüllen fallen. Wir lassen alles fallen? Wir lassen alles fallen. Das machen wir nicht mehr mit? Stehen und liegen. Nee, genau. Wir lassen alles fallen und, ähm. Tja, rechts oder links? Links, links, links. Genau so war das. Ich kann nicht sprinten. Ich habe keinen Sprint. Können wir mal, ähm, weiß ich nicht, dem Zombie die Klamotten ausziehen oder so. Ich weiß nicht. Ich muss doch irgendwie. Du hast, ich habe vielleicht Klamotten. Warte mal. Ich habe Klamotten ja an. Nee, nee, an. Du kriegst mein letzter Trend. Kann ich mein Shirt auch zerreißen? Da habe ich jetzt die Macht schon. Oh, bitte nicht. Das stimmt. Geil. Achso, Sticks hast du ja? Äh, Sticks habe ich ja. Oh, falscher Knopf. Mein letzter Temp. Wo ist dein Temp? Also bei Schrömer und mir wird es so laufen, dass wir, äh, tatsächlich wahrscheinlich so ein Nervis Gain spielen. Ah. Mal wieder. Das ist, das ist auch eine Idee, ja. Das könnten wir uns auch überlegen für die nächste Staffel. Nein, das machen wir nicht. Das geht ja nur nicht. Ähm, wir müssen Haus finden. Du, ich habe, wir finden den Stoff nicht. Irgendwo habe ich einen, bin ich blind in meinem Inventar? Ja, das ist sehr gut möglich. Ach, du hast Stoff. Du hast schon zerrissen. Ja, ja, klar. Warum sollten wir Nervis Gain spielen, bitte? Mit welcher Begründung? Ja, weil du da weißt, wo was ist. Nee, weil sie das auch schon tausend Jahre nicht gemacht haben. Das ist halt doof, wenn du weißt, wo was ist. Haben die denn da was Neues reingebracht? Ja, da ist wohl was draus geworden, ja. Also, die Idee ist einfach, wir haben uns ja mal in der einen Folge, sind wir doch mal nachts rausgerannt, Jack und ich. Und da haben wir uns einfach, ja, da ist ja kein Risiko dabei zu sterben und das müsste man halt irgendwie minimieren. Wenn man eh mit Wellness in der 60 kommen laufen, ne? Genau, weil du claimst bei 60 und dann ist es ja scheißegal, ob du stirbst. Vor allen Dingen dann noch, wenn der Rucksack halt mitgewandert, weißt du, wenn du stirbst. Und das finde ich halt, da haben die Zuschauer absolut auch recht, dass das halt ein bisschen lame ist, weißt du? Absolut. Also, ich bin dafür. Man muss sich halt mal drüber unterhalten, wie man das genau gestalten möchte. Also, besser. Tja, Minas, kannst du weitergucken, als ich? Siehst du was? Der hat die Brille nicht auf. Aber. Echt, oder? Ich sehe in keiner Richtung ein Haus. Ich bin Richtung Sonne, aber wir haben schon 20, 21. Vielleicht sollten wir nach links. Was? Doch? Da lang? Ja, genau. Ne, ne, nach links. Da, wo du warst, ja. 20, 21, ja. Schwierig. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Scheiße. Meinst du, oben auf dem Hügel auch mal entlang rennen, damit man eventuell noch dahinter sieht? Ja. Also, in der Tiefsort hat das jetzt gefixt. Dann hat der Wodan das letzte Mal erzählt, dass man auch in der Hocke laufen kann, wa? Kannst du, ja. Kannst du, habe ich ja gemacht in der einen Folge. Ich bin ja in der Hocke in die Stadt rein. Dann könnte man ja alternativ auch ein Stückchen noch per Hocke, aber pfff. Ach, das werden wir schon schaffen. Weißt du, was ich aber habe? Ich habe 60 Woodframes dabei. Ich habe aber noch ein paar. Könnt ihr euch eine Base bauen? Tja. Auspost. Die Sonne sieht ja echt hübsch aus, da, wie sie untergeht. Sieht aus, als hätte jemand eine Farbfolie über die Taschenlampe geklebt. Wird wahrscheinlich so gewesen sein. Ja, das war die Vorlage. Also, Jackie, wenn wir bald in der Entfernung nichts sehen, haben wir ein Problem, ne? Ein Stündchen haben wir noch Zeit. Ja, lass mal laufen hier. Nicht vom Wegesrand abkommen. Ja, mein Problem ist, ich kann nicht richtig sprinten und die Ausdauer geht mir weg. Also, es liegt auch ein bisschen an dem Verkaufsdruck. Ich habe noch drei Bier. Ja, dann. Fütt mir jetzt gerade ein. Wodan, wo machst du eigentlich rum? In der Base, ich muss mich ausmühen. Müsst ihr auch mal die Treppe angucken? Hier, Bier, liegt. Ja, wo ist denn die Wadden? Oben. Also, ähm. Da ist ein Haus rechts. Obere Etage und da ist dann die Tür. Scheiße, muss Pan-Killer. Das könnte aber auch was anderes sein. Eine Scheune. Das Scheune ist auch gut. Dann können wir auf den Dachboden. Bei der Hunde. Ist mir egal. Machst alle platt. Schrott seinem Anschlag? Ja. Licht an. Mach mal Screenshot. Müsst ihr euch mal angucken. Ja, ist der Scheune? Was? Inhundsäk. Die Treppe sieht echt gut aus. Und tot? War ein bisschen Arbeit, aber... Hat's gelohnt. Hat's gelohnt. Los mit dir, Wauwi. Willst du mich verarschen? Huhu. Huhu. Guten Tag. Oh, da ist ja noch einer. Oh, ho, ho, ho. Ich blute. Ich blute, ich blute. Ja, ich mach das. Vorne ist der andere Eingang. Hier, guck mal, siehst du? Also sehr weit bin ich nicht rausgekommen. Ah ja, gut. Nee, ist nur ein Griecher, aber wir können hier hoch... Okay, cool, aber... Okay, geh mal aus der Runde. Wenn hier da eine Hütte steht, dann... Der Behinderteneingang quasi. Was hast du vor? Nur den Tod. Ja, genau. Das hier... Also zwei breit hätte ich sie auch machen können, aber ich dachte lieber mal einen breit. Ihr redet gerade über die Treppe, was? Ja, wir reden gerade über die Treppe, was steht. Willst du über die Treppe? Nee. Wie könntest du über die Treppe reden? Nee. Ich glaube, sie reden über die Treppe. Ich hatte mal einen Treppenbauer. So, sie rennen jetzt. Willst du wieder rein, wo dann? Was machst du da, Midias? Ich hau die Wand ein. Wieso? Ich würde die dann mit... Um rauszugucken. Midias, das ist scheue. Wann kommt denn die Horde? Alles gut. Wir werden alle sterben. Morgen um die Zeit. Wir werden alle sterben. Sag mal, hab ich nichts zum Auf? Ich hab nichts zum Aufwerten dabei. Munition, Kohle brauchen wir unbedingt. Ich hab Woodframes. Soll ich setzen? Hö, ich hab jetzt hier Heuballen gesetzt. Funktioniert. Und wir brauchen unbedingt Eisen für Lieberframes. Ja, geh mal runter. Ich hab schon mal den Ofen angeheizt. Ach, der setzt du. Lass ihn. Hast du Eisen mitgebracht? Also ich hatte 63 drin. Ich muss echt nochmal losgegangen sein. Was machst du denn jetzt hier? 63 Fragmente. Inias. Mach grad hier nochmal das Licht. Ich hab Angst. Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Nur weil ich was ausbauen. Was? Ich muss ausbauen. Filma deine Base, Alter. Hast du Holz dabei? Um... Ich sag ja, das wäre echt genial, wenn die langsam Strom einbauen würden. War das nicht mal ne Idee? Das war ne Idee, definitiv. Was? Oh, Rebar. Haben wir denn schon, ähm... Die sind 68. Also Eisenmangel haben wir nicht. Also Rebarframes kann ich nicht. Wer kann denn von euch die Rebarframes? Echt? Rebarframes, oder? E-B-A-R, ne? Nein, kann ich auch nicht. Rebar, mein ich weiß, ja. Kann ich nicht. Brauchen wir ein Rezept. Nein, wir brauchen echt ein Rezept dafür? Ja. Nein. Ach, das ist doch nicht wahr. Willst du nur Frame eingibst? Ne. Haben wir es da um Frame? Kannst du? Ne. Ich kann es nicht. Scrap. 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 Dann guck ich jetzt nach. Vielleicht ist es ja bei mir mit dem Beton dazu gekommen. Das kannst du haben sogar. Macht Sinn. Ja, ich kann Rebarframes. Sehr gut. Okay, wir brauchen aber... Wir bauen ohne Ende Eisen für den Bau. Haben wir. Haben wir. Da brauchen wir die, ähm... Die werden aus diesen blauen Rohren gemacht, ne? Ja. Wenjas, guck mal. Ich werf mal drei, äh... Sachen hin. Dann mach ich die schon mal. Nee, die Frostbord konnte ich noch nicht. Dann mach ich schon mal die, die, die... Da hab ich gerade reingemützt. Einfach mal rein. Ich hab noch ein bisschen was unten in dem Gürtel. Da können wir dann zusammen stacken. Und, ähm... Zusammen stacken? Ja, dann hol mir vielleicht mehr Platz, wenn wir die nächste Los. Oh, nee. Na, guck mal. Was ich hier jetzt alles verarbe? In Short Metal Iron Pipes können wir ja scrapen. Ja, ich hab nur noch ein Ei. Das ist mit dem Krieg verloren ganz anders. Wollt grad sagen. Money! Was hast du? Oh, money! Ja, schlechte Witze, seid ihr doch gewohnt jetzt. Mein Gott, regt's schnell drauf. Ich steh'n dir auf. Was ist denn los mit dir? Was ist denn deine Art? Tschö mal. Alles gut. Nicht zu sehr schön. Ach, du hast die Taschenlampe an der... Deine Schrotze ist echt super hell. Die ist super hell, ne? Du hast einen Flutscheinwerfer. Mein Helm ist nur halb so hell, oder? Habe ich's Gefühl, wer? Ne, ne, ist so. Also, Schrotze ist heller. Beziehungsweise die Taschenlampe an sich, die... Du kannst auch eine Pistole machen, gell? Du hast mal eine Pistole mit Taschenlampe. Richtig, richtig. Ich glaub, ich hab auch immer noch eine Pistole mit Taschenlampe. Ja. Da ist schon gut. Ich hab nur einen Helm, das langt mir. Ich hab noch eine Pistole mit Schattenlampe. Wo hast du das reingemacht? Rechts eine zweite, du denn das erste? Wattes Wasser. Noch gar nicht. Ich bin grad am Zoom. Nicht so. Könnt ihr ne über? Hier, 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 hier. Seid das warm. Also, die ersten drei sind mit... Alkohol. Beaker, die nächsten drei sind Töpfe und dann kommen Grüns. Ich hab heute das Mikrofon irgendwie so komisch. Die Grüns. Die lila eine Pistole ist nicht am Arsch. Eine lila eine Pistole hast du auseinandergebaut. Hast du alles reingemacht, was du im Inventar überhattest? Nö, ich hab jetzt die Sachen rausgenommen, die... Du hättest doch noch reinmüllen können, dann hätten wir noch stacken, oder ist das... Ne, ich hab die Sachen rausgenommen, die auf jeden Fall stacken bei mir. Und dann... Dann packen wir schon mal Rezepte ein, die stacken ja auf jeden Fall nicht. Seid natürlich, den Aurablaid haben wir schon, ne? Nein. Brauchen wir? Brauchen wir? Ja. Sicher? Ja. Okay. Ja, bei diesen, diesen... Welche Farbe hat denn der? Äh, der ist... Pur. Also der ist Dings hier. Was ist Dings? Na, Pur. Was ist ein Pur? Schlecht. Dings halt. Orange, ja, kannst du mitbringen, ist gut. Orange. Orange. Pur Pur. Die Blaubeersamen, brauchen wir die? Ja, bring mit. Wir haben nur vier Büsche im Moment. Ah, okay. Wird ja noch ein paar Bandagen herstellen. Ja, Mann. Was? Ich finde, es hat jetzt nicht viel gesteckt. Ja, warte mal. Bin ja nicht fertig gewesen. Ach so. Hast du, ähm... Ich kann ja nicht... Hast du noch was zum Anfeuern? Ja. Ich würde Mini erst mal feuern, Akku. So, ich hab jetzt... Jetzt kannst du. Wo hast du? Weiß ich nicht. In einem der letzten. Ich glaube, hier in dem hier. Die Arrows, ne? Die Bette stehen äußerst so müßig. Ja, die zwei bisschen... Warte, das eine ist doch von dir. Naja, nehm ich gar nicht das mit. Short, Stock. Das ist dein Dippidi und... Hörst du, das ist dein Dippidi, dass sie redet? Ich höre sie, ja, klar. Ja, ist ungewöhnlich. Dass sie redet. Sie redet mit mir. Das ist Jack, das ist meins. Okay, alles gleich, hab mein Bett. Ja, sie sortiert gerade aus, hast du gemerkt? Die macht schon mal die Unterteilung in der Bude. Das ist ja schlimm, hast du gemerkt. Wird das aussortiert. Du bist nicht mehr in der Band. Jack wohnt hier nicht mehr. Du bist nicht mehr... Für dich hab ich leider kein Foto. So, ich hab jetzt ein Backpack verbrannt. Ich hab doch viel lieber eine Rose. Oh Gott. Hermia, das ist ja nicht. Brauchen wir noch Hard Metal Doors? Brauchen wir überhaupt gar nicht, ne? Ach so, ach so. Ich soll, äh... Ihr sollt mir doch bitte eine... Nein. Warte, ich hab jetzt eine Iron Pickaxe und irgendwas Besseres. Eine Steel Pickaxe. Ja, genau, das sollt ihr mir machen. Wodan kann das. Wodan, sofort. Zack, zack. Nein, Wodan kann kein Steel Pickaxe. Bitte. Wer kann das denn? Bitte. Wodan kann das. Komm. Ich kann's wirklich, krass. Naja, du hast deine Riddle of Steel. Mann, wie ist das, wie ist das, Alter? Ich weiß doch nicht. Hast du Steine? Kleine Steine für Pfeile? Nein. Ich hab nämlich 10 Federn und... Ich hab 160 Federn. Okay. Ich hab nur 10, da war ich grad stolz drauf, aber ist okay. Ach so, ich muss dann auch die Rohre machen, ne? Ich hab so ja Minen. So 816 Rohre kann ich jetzt herstellen. Minen. Ja, keine Gar-Scheiße. Der Scheiße, Minen. So, Mias, was ist die nächste Runde? Die V-I-Sel, los mal nach Hause jetzt, oder was? Wo sind wir denn überhaupt? Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier so straight immer über den Map loben. Wir haben ja voll die Schlanke hier gemacht. Ja, ja, ja. Sind wir Absicht jetzt? Äh, dann hätte ich gesagt, hart nach Süden und... Wir folgen der Straße nochmal, vielleicht geht noch was und dann... Naja, sie müssten ja schon sehr südlich gehen, die Straße, würde ich sagen, oder? Sonst... Hat jemand schon, ähm... Ja, meinst du, wir überleben keine Horde? Also wir haben bis jetzt jede Horde überlebt. Bis jetzt. Wenn wir das wollen, können wir uns in der Höhle verstecken, dann finden die uns nie. Ja, aber ist doch doof. Ich würde ja nochmal... Sag ich ja, also wenn wir überleben wollen, ist es easy, im Boot zu überleben, meine ich. Sag ich mal, oder? Sicht ist falsch. Schüsse in der Nacht. Ich bin kurz... Das ist ganz gut ausbalanciert. Also im Zweifelsfall sammeln die sich eh da, wo die Heatmap ist. Also sprich, ähm, dort wo wir die Spitzen verteilt haben. Ja, aber die buddeln sich halt auch nicht, äh, immer durch den Boden. Also wenn wir uns in die Höhle setzen würden, hätten wir überhaupt keine Sorgen mit denen. Ja, aber die fangen an, sich in den Boden zu buddeln. Habe ich schon erlebt. Ja, das ja, aber die würden niemals ankommen. Weißt du das? Hast du jetzt noch Stoffminias? Oder muss ich meine Hose zerreifen? Wenn du Bandagen haben willst, kann ich dir geben. Habe vier. Oh ja, gib mir mal. Dann werf ich dir mal zwei hin. Hast du? Ja. Sind jetzt zwar keine Heilbahn da, aber immer hin. Ich hab nur eh ne gekriegt. Danke nochmal. Oh, Moment. Dann hat er irgendwie falsch geteilt. Nicht nett von dir. Nein, ist ja hier. Hier ist noch einer. Da, die fliegt die nächste. 3.20 Uhr. Also in der Nacht so auszuharren ist irgendwie doof. Ja, ist irgendwie doof. Finde ich auch. So, Pistole. Sie haben es. Gläser brauchen wir auch nicht, ne? Leere Gläser. Doch, haben wir. Ja, hab deine. Hat mal Sand mitgebracht. Dann haben wir sie nicht mehr. Tomias, komm. Dann nehme ich einen Rest mit, ja? Ja, ja, kannst du noch. Willst du noch? Ist ja doof, jetzt geht es. Ähnlich, ich schieße. Kann doch auf. Wieso schießt du denn? Lass, lass ich mir doch einen Bogen machen. Hau ab. Heb dir doch die Pistole auf dafür, dass du, dass du, wenn du Hunde hast oder sowas, wo du halt schnell schießen wirst. Dann wirst du Schrotze. Versteht er nicht. Du bist. Was ist los? Nee, ist völlig in Ordnung. Ich möchte nicht mit euch reden. Du musst mit ihnen beruhigt reden. Du kannst gerne gehen. Ja, siehste. Also laufen wir jetzt erstmal südlich so grob. Wo der Hand? Dann mit deinem Haus. Was macht meine Hacke? Es dauert ewig, bis reinzuschmerzen. Oh Mann. Na gut, alles klar. Ich warte noch ein bisschen. Ich klopfe noch ein bisschen mit der normalen Hacke. Vier Minuten ungefähr. Alles klar. Brauchen wir zu essen? Ich habe noch zu essen. Dann in der nächsten Folge. Wir sind bald 20 Minuten. Jack, walte deines Amtes. Jack. Echt jetzt, ja? Erst was zu essen. Ja, ist soweit. Erst was zu essen. Oh nee, komm, wir lassen uns mal ein bisschen was machen hier. Nicht die ganze Zeit da rum. Wir haben die ganze Zeit in der Höhle rumgesandten. Näh, näh, näh. Hör doch mal auf. Heb dir doch mal. Das mache ich doch auch so, weil du dich darüber ärgert. Das ist wie Benzin ins Feuer werfen. Das geht nicht. Ja, ja. Guck mal, jetzt in so einer Situation. Ach Mann. Ob du dir jemanden überlegen musst. Ich gehe dann schon mal rein. Vitamine. Okay, viermal Stopp ist gut. Was denn? Du hast die River Frames. Ich kann jetzt nichts in die Tür setzen. Ja, da wird schon nichts kommen. Bin ja draußen. Na gut, dann mache ich schon mal auf die Tür. Okay, da kommt jemand rein. Jetzt nicht mehr. Jute noch die Zombies hier draußen. Hast du den Safe jetzt gerade aufgenommen? Nee, ich mache gerade die Tür erst auf. Okay. Wir sind vereinten Captain. Schauen wir noch, was im Tresor drin ist. Schreien wir den Tresor. Was, ne gelbe Steine? Nein, ähm. Relax. Relax. Dann machst du doch bestimmt so einen Ressorfenstein machst du doch mit zwei Schlägen oder so. Immer raufhauen. Bubi, danke. Bitte, bitte, bitte. Magnum-Patz lass ich mal hier, wir haben aktuell noch nichts zum Magnum-Bauen. Oh, tada. Gut, jetzt habe ich hier fünf Millionen Klamotten mitgenommen. Oh, Rezepte. Mach mal, ähm, alle die mal um. Die Klamotten? Ja. Äh, ich habe irgendwelche Rezepte, ne, das waren Klamotten-Scrub. Black-Dinim-Jeans. Gelbe. Die sind dann auch besser? Ja, schon, ne? Wir haben 167 Reeper-Frames schon. Scrapt die mal und dann können wir ein bisschen Bandage bauen. Ja, in den Kisten zusammen. Waren wir nicht mal in diesen Tool-Shop-Laden? Lida ist schlechter, oder? Lida ist super. Das war flawless, genau. Warst du nur gelbe Jeans? Ne, ich habe gerade aktuell mich untenrum nackt. Ja, die man nackt als ne gelbe Jeans. Wo bist du denn? Bist du oben? Ja. So, während Fleischhörmer sich die Hose anzieht, darf er abmoderieren. Findet ihr die gelbe Jeans? Wobei, ich repariere die die erstmal, oder? Ach Quatsch. Nein, lass. Was? Ich habe sie repariert. Ah, okay, danke. Da haben wir nur noch zwei Stoffe, aber ist ja nicht so schlimm. Ist echt nett von dir, wirklich. Du darfst auch den Hut anbehalten. Hattest du wahrscheinlich direkt wieder gescrabbt? Ich habe sie gescrabbt, ja. Nein, das ist nicht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, ich habe es denn doch gescrabbt. Codewort? Codewort ist... Ich habe es gescrabbt. Ja, das ist so schwierig. Das sehe ich haben wir schon oft. Mir fällt jetzt gar nicht ein. Treppe. Was würdet ihr da drunter schreiben? Was würdet ihr unter diese... Treppe ist super. Treppe? Ja. Ach Treppe, komm. Codewort Treppe. Treppe. Codewort Trepper. Trepper. Genau. Die Treppe hat ein Trepper. Was? Alles klar. Lass uns einen Daumen hoch da. Bis dahin. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Nachti. Ciao. Ciao.